Schon lange haben Fans keine gemeinsamen Fotos oder Videos mehr von Anna-Karina Wojciak und ihrem Freund Daniel gesehen. Sind die beiden noch zusammen? Ihr Dirndl gibt Aufschluss. Nach dem Ehe aus mit Stefan Moss, 48, zeigte sich Sängerin Anna-Karina Wojciak, 31, schnell wieder glücklich. Bei Instagram gab sie kurz nach der Trennung ihre neue Beziehung mit Daniel bekannt. Sie seien jedoch erst nach dem Ende ihrer Ehe mit dem immer wieder Sonntags-Moderator zusammengekommen. Anders als Mojci und seine Partnerin Eva Luginger zeigt Anna-Karina ihr Liebesglück zuletzt nur selten. Doch nun gibt ihr Outfit einen Hinweis auf ihren Beziehungsstatus. Denn die Schlagersängerin posiert in einem Dirndl, und dort sagt die Position der Schleife bekanntlich viel aus. Für eine Oktoberfest-Party des Playboy hat Anna-Karina ein Dirndl angezogen. Doch das ist eher verführerisch statt traditionell. So zeigt sich die Musikerin in einem komplett schwarzen Look. Ihre tief ausgeschnittene Bluse ist mit viel Spitze verziert. Rock und Schürze sind ebenfalls schwarz. Dazu trägt sie schwarze High Heels. Lediglich an ihren Füßen setzt sie mit rotem Nagellack farbliche Akzente, doch wo sitzt die Schleife von ihrem Dirndl? Dies hat traditionell eine tiefe Bedeutung, so sagt doch eine rechtssitzende Schleife aus, dass die Frau in festen Händen ist. Links hingegen ist ein Zeichen für Singles. Anna-Karina trägt ihre auf der rechten Seite, ist also noch immer vergeben und nicht auf der Suche in den Wiesenzelten dieser Saison. Was für ein zünftiger Abend gestern in München. Wir hatten jede Menge Spaß, schreibt Anna-Karina, die zuletzt selbst für das Erotik-Magazin posierte, zu der kleinen Instagram-Galerie. Diese zeigt sie nicht nur mit Playboy-Chefredakteur Florian Baltin, sondern auch mit dem diesjährigen Wiesen-Playmate Froni SBIZ sei. Ganz schön fesch. In den Kommentaren kann sich die Sängerin vieler Komplimente für ihren Dirndl-Look sicher sein. Ganz schön fesch, schreibt ein User. Das Schwarz steht dir mega, schwärmt eine andere Userin über den Look. Du bist so wunderhübsch im Dirndl, meint ein Nutzer. Eine andere schreibt, ich liebe dein Lachen. Es ist einfach schön zu sehen, dass du ganz viel Spaß hattest. Und genau das sieht man den Bildern dieses Abends an. Über ihr Ehe aus mit Moss, dessen Mutter an Demenz leidet, hat sie neulich abschließende Worte gefunden. Mit ihrem Daniel scheint zudem auch alles glatt zu laufen. In der Fernsehsendung Die Schlager des Monats schwärmt sie vor wenigen Wochen, ich habe eine tolle Familie, tolle Fans, einen ganz tollen Freund und das macht mich tatsächlich stärker.